Oh, der leckt bei mir total rum. Der portet sich. Was liegt an mir, oder wem anders? Fast schon. Der cheatet. Ich bin gleich wieder da. Angriff! Vorwärts! Au! Bitte den Inji noch, wenn ihr ein Ziel braucht. Und dann auf die Belagungsmaschinen. Die einen Meter machen wir hier. Den anderen nicht. Okay, den machen wir jetzt auch. Hopp, hopp, hopp. Meta killen. Auf grün. Ha! Vermalmt ihre Leichen! Meta block. Verstörung! Tötet sie! Quasi! Larenzi! A Drif! Laus passenbomben. wir werden sie kalt erwischen und panzer maschinen in der mitte ich bin kurz bei blau jetzt kommt wieder zurück zum einmal machen den transporter vorher noch der oberste verderber panzer tut den kopf dauernd Ich glaube, er töten. Meter. Einen Meter. Er tippt ja sieben drauf. Meter kommt gleich. Meter in der Mitte. Meter. Er zacker blau. Aufpassen, bei links, bei grünen, da werden gleich zwei Meter entstehen. Auf die Belangungsmaschine, hopp, hopp. In Deckung. In Deckung. Meter, auf grün. Angriff, vorwärts. Und Meter. Nochmal Meter grün. Hier sieht zwei blau aus. Super. Hier ist gut. Nahrungsmaschinenchen gleich wieder. Panzer kommt, blau. Blau, Meter. Grün, Meter. Ich komm zurück. Und danach Transporter weibringen. Ja, du musst jetzt hierbleiben. Und den Transporter machen. Und den Berser kann. Blau, Meter. Panzer, blau, Panzer, blau, Panzer, grün. Ha, der Malm, ihr Verlangen. Berserker, blau. Meter, blau. Jetzt Berserker. Meter. Bitte, dem Berserker, jetzt eben schnell. Michi aufheben. Noch zwei Kisten höchstens geht's hier ab. Ich fall hier gleich um. Ich hab 5,6 und der zweite Dings. Alles gut, überlebe einfach. Einschuldigung. Einschuss noch. Bring die Kiste noch hoch. Ja, jawoll. Geht doch. Jetzt los geht's. The schwelings.